Ja, ach ich freue mich richtig, dass ich heute noch mal gutes Wetter bekommen habe. Dann kann ich den ersten Block daraus schon die Tage fertig machen und hochladen. Ja hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass Sie dir mein Video erneut anschauen. Heute bin ich mal rausgegangen, hier bei uns im Hafen an einem Haussenküttel. Ja hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein neues Video anschaust. Auf dieses Video musstest du ein bisschen länger warten, da sich das Wetter hier doch ziemlich verschlechtert hatte. Wir hatten eigentlich die ganze Zeit nur Regen und heute, da ist zu meinem Glück einmal ganz kurz die Sonne rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man noch was davon sehen kann hier im Hintergrund hinter mir. Jedenfalls dachte ich mir dann, jetzt musst du mal rausgehen und mal wieder vloggen. Ja, wie du sehen kannst, bin ich mit der Pocket 2 hier am Start. Ich habe sie diesmal auf mein kleines Mount an meinem Rucksack befestigt und werde jetzt einfach damit ein bisschen hier durch die Gegend gehen und versuchen ein paar schöne Aufnahmen für den Vlog zu machen. Ja, und des Weiteren habe ich an der Pocket 2 jetzt auch diese kleinen Windbreaker angebracht, die Puschl. Versuche ich mal mit der Hero drauf zu kriegen. Dazu blende ich euch auch nochmal das Video ein, wie ich die angebracht habe und könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das ging auch relativ problemlos und den Ton nehme ich dann auch hier direkt von hinten mit der Pocket 2 auf. Ich hoffe, dass auch da ganz gut verständlich ist und wenn der Windkiss mal so ein bisschen pustet, dass man nicht nur das Krachen wieder hört, so wie in den letzten Aufnahmen. So, wir starten hier diesmal in Cuxhaven an der Nordseeküste an einem Ort, wo ich mich früher öfter aufgehalten habe. Ich habe hier in der Nähe gewohnt und dann war hier so eine kleine Wiesenfläche, so eine kleine Anlage, wo man ganz gut auch mit dem Hund spazieren gehen konnte und einmal hatten wir im Winter sogar Schnee hier und dann ist es uns tatsächlich auch gelungen einen kleinen Schneemann da zu bauen. Ja, und jetzt mittlerweile hat sich das aber sehr verändert alles hier. Es wurde umgebaut. Die haben dann hier so, könnt ihr im Hintergrund sehen, einen Kindergarten gebaut. Da gehen wir jetzt auch gleich mal dran vorbei. Ja, dann wollen wir mal starten hier und mal schauen, was es so gibt. Und während wir jetzt hier entlang gehen, sehen wir dann halt im Hintergrund die neue Kindergartenanlage, Kindertagesstätte. Das scheint vom Roten Kreuz zu sein. Das ist wie gesagt alles neu gebaut worden hier. Ich möchte euch nochmal freundlich daran erinnern, falls ihr meine Videos mögt und euch weitere wünscht, dann zeigt mir das bitte auch. Dann lasst mir einen kleinen Kommentar da oder gebt mir auch mal einen Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Hinter mir jetzt wie gesagt das Rathaus. Rathausplatz 1. Da gehen wir dann auch gleich mal über den Fußgängerüberweg und schauen uns das ein bisschen im Detail noch an. Ja, es ist jetzt nicht so großer Sonnenschein, toller Sonnenschein heute hier. Aber um ein paar Aufnahmen zu machen, reicht das eigentlich. Okay, da haben wir dann das Rathaus. Ich habe auf der Pocket 2 auch wieder das Weitwinkelobjektiv drauf, sodass ich einen größeren Bildausschnitt hier vor euch einfangen kann. Diese Seite, das ist dann das neue Rathaus. Das wurde hier angebaut. Ist jetzt natürlich alles auch Corona-bedingt geschlossen erstmal für eine ganze Zeit lang. Wir hatten jetzt ja erst kürzlich wieder den neuen Lockdown. Der wird noch bis Januar gehen, hier in Deutschland. Und dann wird sich zeigen, ob man wieder normal sich bewegen kann, mit mehreren Leuten zusammenkommen kann. Oder ob sich das ganze doch noch weiter hinzieht. Im Hintergrund ist jetzt auch mal kurz die Sonne zu erblicken, die Wintersonne. Ich hatte ganz vergessen, wie schäbig das Wetter manchmal hier im Dezember sein kann in Cuxhaven. Das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Weil ich halt auch, wie gesagt, viel im Ausland unterwegs bin. Normalerweise zu dieser Jahreszeit war es dann angenehmer von den Temperaturen her. Okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Das ist der Altbau des Rathaus jetzt, den ihr hier auf der Seite sehen könnt. Versuche ich auch mal mit der Pocket nochmal reinzukriegen. Ich hatte das Übertragungskabel leider vergessen zu Hause. Mal schauen, wie das auch so geht. Das ist halt mein Kontrollkabel für das Telefon, für das Smartphone, dass ich die Aufnahme damit ein bisschen kontrollieren kann. Okay, schauen wir mal von der Seite. Die Pocket macht eigentlich bis jetzt ganz gut mit. Ich verstelle da das Objektiv mal ein bisschen manuell. Dass man ein bisschen mehr von dem Rathaus sieht. Ja, wieder zurück. Dann filme ich mich nochmal so aus dieser Position. Mal schauen, wie viel ich davon drauf bekomme mit der Hero 9. Sie hat ja ein weitwinkliges Sichtfeld. Aber dadurch, dass ich jetzt die Horizontausrichtung mit drin habe, cropped ist das Bild natürlich auch ganz schön. Und den Anti-Verwackler habe ich natürlich auch mit drin. Ja, dann gehen wir nochmal ein paar Schritte hier weiter. Da kommt dann gleich noch ein großer Anker, ein großer Schiffsanker. Den kann ich euch noch kurz zeigen. Auf der anderen Seite der Straße befindet sich dann das Bürgerbüro. Da kann man halt Ausweise beantragen und ähnliches. Kirchenangelegenheiten, also ein Zeug. Hier gehen wir dann direkt auf den Anker zu. Schauen, dass die Pocket den auch mit rein kriegt. Das Objektiv nochmal ein bisschen weiter runter. Gut. Das habe ich dann auch. So. Da ist der große Anker. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Schiff der mal in Betrieb war. Oder ob überhaupt. Oder ob das ein reines Kunstobjekt ist, was hier nur so ausgestellt wird. Mal von hier. Okay. Gehen wir mal weiter. Wir nutzen das Licht noch. Dann zeige ich euch jetzt, wo ich früher gewohnt habe. Recht ruhige Wohngegend hier. Hat mir eigentlich auch größtenteils zugesagt. Ich bin ja hierher gezogen. Direkt aus der Nordersteinstraße. Die Fußgängerzone, die ich euch auch schon ein paar Mal vorgestellt habe in meinen Videos. Und da war das eigentlich ein relativ ruhiges Wohnen hier. Die Leute sind manchmal ein bisschen komisch, die hier wohnen. Aber das findet sich halt. Und da ist dann im Hintergrund die Nummer 46 hinter mir. Und da habe ich dann damals gewohnt. Ich hatte da auch meinen kleinen Laden drin. meinen ersten Laden. Für so halt Merchandise. Und meine Sachen, die ich jetzt auch auf den Messen verkaufe. Ich habe damals auch tatsächlich die Fenster hier zur Straßenseite hin genutzt. Und habe dort selbst gedruckte Plakate reingehängt, die dann Werbung gemacht haben. Und die Vitrine hatte ich auch da aufgestellt. Das hat mir auch ein paar Leute dann immer in den kleinen Laden gezogen. Jetzt war natürlich das Problem, dass ich diese Wohnung als Privatwohnung und nicht als Gewerbeobjekt angemietet hatte. Und so hatte dann der Vermieter da irgendwas dagegen. Und hat mir schriftlich mitgeteilt, dass ich die Fenster von den Plakaten zu räumen habe. Und das hat mich ein wenig geärgert. So, dass ich dann anschließend gleich die Wohnung gekündigt habe. Und dann haben wir uns was Neues gegeben. Und das war dann jetzt in der Bramstraße, wo ich heute bin. Das war jetzt im Moment. Da bin ich sonst noch schnell. Und ich bin jetzt in der Bramstraße. Ich könnte so schnell viel mitgekommen. Und da bin ich zum nächsten Mal. Und dann muss ich jetzt auf der Bramstraße. Und ich bin corschen. Und ich glaube, dass ich jetzt noch nie damit bin. Und ich binorski der Bramstraße, wo ich es vorher sein. Das war dann noch nie, ich bin es für die Kraft. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß beim Schauen hattet. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Vielen Dank.